Amandalu, hast du den Raum im nächsten Jahr gebaut? Ähm, nein. Wer war das? Ja, steht kein Name dran, dann weiß ich es nicht. Wir wollen gerade das Portal beschützen ein bisschen, ne? Aber da ist schon Raum drum herum gebaut. Ich habe Ihnen von unseren dramatischen Erlebnissen heute erzählt, wo ich sofort gekillt worden bin. Interessant, wir hätten danach noch gespielt. Ich könnte jetzt nachgucken, weil ich war ja die ganze Zeit auf dem Server, aber... Da du, 2000 Drops in der Stunde. Ich weiß, dass jemand online war, weil ich wegen den Thumbnails ongegangen bin. Wer hat denn da ein Portal gebaut? Ich wollte doch gerade sagen, das Nessar-Portal war doch eigentlich hier oben, da ist nämlich das alte Nessar-Portal. Moment, was ist das hier für ein... Wo geht es denn jetzt? Hä, das ist aber anders als vorher. Ja, das alte Nessar-Portal ist nämlich hier. Guck mal, hier, Julia. Was? Ich bin, ich bin, also ich lauf... Achso. Das alte Portal ist nämlich da oben gewesen, genau. Stimmt, tatsächlich. Wieso sind wir denn jetzt woanders rausgekommen? Ja, jetzt muss einer hier das alte Portal zugemacht haben und ein neues gebaut haben da unten, sonst geht das nämlich nicht. Hi, Dalu. Tatsächlich. Hier oben ist das alte Portal, nämlich. Weil, das ist nämlich das, was ich meinte, dass das irgendwie nicht so eben war. Ja, das kenne ich. Ja, das heißt, ich baue hier gerade den falschen Raum hübsch. Nee, das ist ja in Ordnung da jetzt. Es wurde ja verlegt quasi das Portal, aber warum hat das einer gemacht? Vielleicht war es denn da oben zu unsicher. Die Frage ist, wo kommt man jetzt wieder raus, wenn man das hier benutzt? Wieder am Strand. Wirklich? Ja, ja, klar. Es dürfte, glaube ich, auch noch kein anderes bis jetzt. Komm, was ist denn das Portal? Du blubberst doch. Nee, Ausgang kann es kein anderes geben. Es ist nur... Gibt immer nur diesen einen Ausgang. Außer du musst hier ziemlich weit in der Hölle rennen. Dann gibt es einen anderen Ausgang. Guck mal, da. Guck mal, da. Guck mal, da. Was? Wo denn? Schön, nicht. Wo denn? Na da, guck mal. Du weißt ja gar nicht, wo ihr seid. Ist das nicht so ein Starterzeug? Spitzhacke. Schwert. Kann mich nackig machen. Oh, das habe ich gesehen. Nochmal, nochmal, nochmal. Ich habe ihr ein bisschen Sachen gegeben. So eine Grundausrüstung. Ich will aber das Nether-Portal wieder haben, das da oben. Und ich habe einen Platz, wo ich baue. Ja, es ist einfach. Da gehst du runter, machst das andere aus und machst das da oben wieder an. Würde ich auch machen. Sind da Zombie-Pigmen? Ja, hier oben ja. Oder dem oberen. Die sind bestimmt nicht connected. Mögen die dich nicht? Nein. Ich habe hier extra mit Mühe diese Lava umgeleitet und alles. Kommen die auf mich zu? Nein, nein. Oder meinst du die ganzen Schweine da hinten? Ach, da ist unser Portal, das alte. Aber da nur 2000 Drops pro Stunde habe ich in meinem Cube. Achso. Jetzt kann ich mein Goldschloss bald anfangen. Ich habe schon sehr viele Goldblöcke. Kriegst du Besuch dann da oben in deiner Wolkenstadt. Was macht ihr hier eigentlich? Sucht ihr eine Burg? Nee, ich weiß, wo er ist. Ich kling mich mal mit ein. Ich wollte grundsätzlich hier ein bisschen umschauen. Ja, oder hört ihr jetzt gleich auf. Ey. Ich weiß ja, wo er ist. Ich war mit Blaze schon da. Ich habe also schon Blaze Roots auf. Ja, wir haben auch. Ja, wäre jetzt gut zu wissen, ob wir dieselbe. Ob wir das selbe Schloss gefunden haben. Aber ich weiß ja auch schon, wo er rumgelaufen ist. Aber da musst du es gesehen haben, weil wir haben, da waren da nur ein Spawner, weil wir haben den anderen Spawnen abgebaut. Ja, okay, dann wart ihr in deiner anderen Burg, weil ich habe alle Spawnen abgebaut. Ja, ich habe den einen Spawner stehen gelassen und habe den rundum zugebaut, damit die Viecher auch da drin spawnen. Und Gas mit den Spülern Pinkpong. Schweine kommen auch nicht zu gerannt. Wer kommt auch nicht zu gerannt? Schweine von links kommen auch da. Ja, wie lange wollt ihr denn noch aufnehmen, ihr beide da? Dann können wir das mal klären. Du, du, ich habe Zeit. Ja, du hast es eingesammelt, ne? Aber ich habe ein Problem. Ja, du hast es eingesammelt. Willst du haben? Nein. Wir machen auch irgendwie ein, zwei Folgen, drei, vier, fünf, keine Ahnung. Einfach mit einklinken. Hallo, Einleitung fertig. So, weiter geht's. Ich habe mich hier dann zugeschlichen. Wer ist überhaupt dabei? Rosamund? Hallo. Ja, dann Julia. Hallo. Und, ja, das waren alle wichtigen. Ah, Harpe. Arsch. Der Harpe ist nicht wichtig. Den habe ich ja gar nicht gesehen. Aber, aber ich, hat von euch Wert irgendwie ein kleines bisschen Eisen dabei. Also, also, drei Eisen. Was willst du machen? Ich, ich will im Neta nicht mit dieser Spitzhacke rumlaufen. Ich mache sonst den gleichen Scheiß, wie ich ihn schon mal gemacht habe. Einen Block unter mir und weg und kaputt. Nein. Nein, ich will auch keine Diamanten. Dann mache ich mir ja noch einen Stein. Da paltet eine Diamanten, die will ich gar nicht haben. Ich kill mich nur mit dieser Spitzhacke hier im Neta. Das weiß ich jetzt schon. Ach, die normale Spitzhacke ist nicht viel schneller als, also. Eben. Bei der normalen würdest du nichts mehr als die. Ja, sie, die du jetzt hast. Die ist schneller. Aber wenn du die normale machst. Oh, ich mache mal eine aus Stein. Welches Level war es überhaupt, Ruther, um das zu entscheiden? Da sind mehrere Level drin. Beine, lass mich ja in Ruhe. Wie meinst du mir nichts getan? In der Spitzhacke, ich weiß nicht, 150 Level oder sowas stecken in der Spitzhacke. Ja, aber wie kannst du mehr als 30 reinmachen? Bücher entschaden. So. Du musst Bücher entschaden und dann kannst du zum Beispiel, wenn du jetzt Stärke 2 auf dem Buch hast und du machst noch ein Buch mit Stärke 2, dann kannst du die beiden Stärke 2 Bücher zu einem Stärke 3 Buch entschaden. Und so kannst du immer weitermachen. Kannst du dann auch einen Gegenstand öfter verzaubern? Ja. Also du kannst zum Beispiel auch, wenn du auf einem Schwert Stärke 2 hast und du hast ein Buch mit Stärke 2, wenn du das zusammen verzauberst, kommt ein Schwert mit Stärke 3 raus zum Beispiel. Das ist schon nicht ganz ohne. Mich würde interessieren. Oh Gott. Boah, das ist knapp. Ey, da wollte ich jetzt eigentlich gerade rüberrennen. Gut, dass ich noch nicht gesprungen bin. Ah. Nein, weg. Was macht ihr denn da? Ja, keine Ahnung. Ich geh jetzt eigentlich durch. Ich geh jetzt nicht mehr. Ich eigentlich auch. Das ist die Quelle da, mitten irgendwo. Dann machst du zu. Das ist ja schön. Der will mich raus haben. Wieso hast du denn entschaden? Äh, nee, nix. Ich hab nur gefragt. Ich hab alles gut entschadet. Jo, also alles einfach mit Büchern und dann ist alles easy. Du hast dich das Roman entschaden lassen, oder warum? Wenn du es nicht weißt. Nein, ich habe einfach, als ich ja mal diesen mega langen Tunnel gebaut hab, hab ich halt voll viele Dias bekommen, weil ich ja diese Effizienz-Spitzhack hatte. Und ich hab einfach so viele Spitzhacken gebaut und verzaubert, bis eine gute dabei war. Book! Ja, aber da hast du richtig gutes ja nicht, weil du bist ja nun bis Level 30 wahrscheinlich. Na ja, richtig gut. Glück 2, Effizienz 4, Haltbarkeit 3 oder Effizienz 4. Ja, also ich hab Effizienz 5, Haltbarkeit 3, Fortun 3. Das sind so meine Spitzhacken, die ich immer herstelle. Liegt aber daran, dass ich auch schon ein Grundstück, also eine Grundspitzhacken rauskriege, wenn ich mit meinen Tradern handele. Wo seid ihr gerade hingeeiert? Ich weiß nicht, ich hab mich verlaufen. Aber ich seh das Portal noch. Läuft dem einen hinterher? Brother, seid ihr durch den Tunnel gegangen? Ja. Mit den Fackeln? Ja. Das war der Weg, den wir genutzt haben zu der Burg. Ne, wir sind, also ich bin mit Bracing wo öffentlich hergerannt. Na, da geh ich jetzt nicht rauf. Da oben ist doch Quarz. Ja. Ich dachte, ihr wolltet irgendwie eine Burg suchen. Entschuldigung. Musst du nicht abbauen. Das wolltet ihr jetzt eigentlich. Jetzt nicht mehr. Spring, 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 spring. Jetzt kannst du. Aber ich hasse diese Spitzhacken, damit bauen wir immer so schnell ab. Was wolltet ihr jetzt eigentlich machen? Ähm, nichts. Wir wollten eigentlich einen Raum um das Tor umbauen, aber das war ja schon. Ja, ist ja... Weil ihr die ganze Zeit von irgendeiner Burg jetzt gedetet habt. Ja, war das denn jetzt? Das war doch einer von euch dann, oder nicht? Ne, das war schon. Wir wollten gerade, aber das war schon da einfach. Wer sollte das denn sonst gemacht haben? Ich hab die nur aufgehübscht. Ja, das frag ich mich auch. Wer überhaupt noch spielt. Spielt das. Ja, eben. Spielt das, was keiner befand. Also ich war es nicht. So viel ist klar. Hat jemand ein Feuerzeug dabei? Ja. Ich hoffe, hast du das Portal zugemacht, oder was? Ne, das... Nein, hab ich nicht. Aber das andere wieder anmachen. Das wäre lustig, weißt du. Alle machen das Portal zu und wir hängen hier fest. Ich hab mich schon... Ach, da ist das Portal. Ich fall auf mich sonst hier immer. Ich hab immer Angst zu weit von diesem... Willst du das einmal wieder anmachen? Dann ist das andere aber sinnlos, was du da noch hast. Ne, ich mach da gar nichts an. Ist das okay so? Wuh! Ich versuche jetzt erstmal nur, euch wiederzufinden. Das schaffst du nicht. Dann nicht. Dann bleib ich jetzt hier für immer und ewig. Für ewig. Machst du doch. Armer. Da hast du doch weggeschmissen. Quarz brauchen wir doch auch für, äh, für, äh, für, äh, für so Schaltung, ne? Also für so Schaltungselemente. Ja, Quarzschaltung. Ne, jetzt brauchen wir einfach nur, weil es geil aussieht. Wir müssen das gleichzeitig abbauen. Mhm. Schweine. Mehr Quarz. Hui. Ich war schneller. Och, Meno. Ei, ei, ei. Warum ist der da? Du versteckst dich. Guck mal. Ah. Ich hab einen Slime gehört. Ich bin mir sicher, ich hab einen Slime gehört. Ein Feuerschleim. Das war Ruther. Die. Die hören sich schon recht nett an. Ich finde aber, dass die sich... Wer ist das? Der kommt auch von der Playtimes-Invasion. Mein Gott. Ich kriege Angst vor euch. Mhm. Wir sind überall. Und wir werden mehr werden. Viel mehr. Okay. 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 Ah. Ist das nicht schön? Und? Fein. So, dann... Kann man mitmachen? Kostet drei Euro Eintritt. Verwachsene fünf Euro Aufpreis. Da, du, was gehst du eigentlich immer in den Aufnahmeschannel einfach rein, wenn ich am Aufnahmeneben bin? Wo seid ihr denn? Ich hab keine Ahnung mehr, wo ich bin. Da ist ein Baby-Pagman-Zombie. Was? Kein PW? Hier gibt's kein PW auf meinem. Kein Passwort. Ja, weil er... Die hat doch keine Rechte, um in den Raum reinzukommen. Gebt mir mal bitte auch mal Rechte. Bitte, bitte. Gebt mir mal VIP, aber da kommst du trotzdem hier oben nicht rein. Warum nicht? Weil dieser Raum nochmal extra abgeschämt ist. Weil er uns einfach nicht mag, verstehst du? Wir müssen ja nicht hier oben aufnehmen. Hi. Huhu. Hallo. Hallo. Ja, ich hab... Ich hasse diese Spitzhacke. Ich hab meine... Wo ist meine andere Spitzhacke? Da. Die brauche ich jetzt. Swicky Dutch. Swicky Dutch brauche ich, um den Glowstone abzubauen. Ist doch klar, ne? Wieso brauchst du... Achso, damit du... Ja, stimmt, weil du da mehr raus... Richtig. Hier ist... Gas. Gas. Wo ist denn... Welcher Gast? Ich hör noch nicht mal einen. Mami. Gas. Wo denn? Sag mal, findet ihr von hier eigentlich wieder zurück? Nein. Ja. Ich hab per Zufall gerade den Weg zurückgefunden. Seitdem nicht nachts. Ey, da du. Jo. Klaut er mir hier mein Kloster unter den Fingern weg? Der ist in meine Tasche gefallen. Als ich da drunter hergelaufen bin. Ja. Fußboden konnte man hier noch hübsch machen. Ihr habt euch doch bestimmt ausgerüstet, bevor ihr rein seid, oder? Ich hab der... Ja. Ja, wir sind alle ausgerüstet. Wir brauchen uns nicht ausrüsten. Hauptsächlich mit Steinen. Ich hab noch ein bisschen gebettelt. Nischmann. Ich hab ihr so ein bisschen Grundsachen gegeben, also der Julia. Genau. Das ist halt nur gerade ein bisschen doof, weil wenn, dann müssen wir zurückgehen und ihn abholen, weil finden tut der uns hier so schnell nicht wirklich. Meinst du nicht? Hallo. Kannst du alle einsammeln, brauchen wir nicht. So easy. Alter, das ist brutal, wie diese Spitzhacke hier durchschnätzt. Das ist geil, ne? Oh, grausam ist es. Grausamst. Ja, aber das ist halt schnell. Was machst du denn da schon wieder? Da, Lu, hör doch mal auf. Der nächste Schritt wird nämlich sein, dass wir dann durch den Näsar Eisenbahnstrecken bauen, weil die nämlich viel schneller sind als in der echten Welt. Oh, stimmt, ja. Ey, mein Loch, wo ich gerade noch war, wo ich gerade noch was abgearbeitet habe, ist jetzt Lava drin. Mhm. Soll ich mal hier die Pigments angreifen? Hm, das kannst du ja machen, wenn sie dann alle auf dich losgehen, ist ja alles gut. Vorher gibst du mir mal bitte den Quarz noch. Ich hab genug Protection. Warum hast du das hier, hier, da die Lava aufgemacht? War ich nicht, zwar da. Immer Dalu. Ja, meine ich doch. Dalu, warum? Boah, den Quarz-Farmen und Glowstorm-Farmen bringt richtig Level, ne? Ja, definitiv extremst viel. Ach, ich geb den Quarz da hinten jetzt auf. Ich sag auch, du ist ein bisschen Quarz, sie hat schon 18 Level. Ja, ich sag ja. Stimmt, ich bin schon Level 3, ich kann mir wieder was verzaubern. Bei mir gab es nicht ganz so viel, bisher ist es 3 Level, aber ich bin ja auch schon 44. Ich bin Level 1 und komplett nackt. Oh nein, ich bin das nicht. Uhuhuhuhu. So, da brauchen wir raus, kommen und gucken, aber... Ich hab mir so einen mega genialen Tunnel gebaut. Ja, da bin ich rein. Oh Gott! Ich bin... Ja, Dalu, das funktioniert nicht, wenn du sagst mega genial und ich. Ich glaube, ich verrecke. Wieso? Wie lange brennt man so? Nicht lange. Nicht lange. Wie lange brennt man so? Ich kann es aus Erfahrung sagen, nicht lange. Wenn ich in Lava trete? Wenn du wieder rauskommst und keinen Hunger hast, dann ist es überhaupt kein Problem. Ja, dann geht's. Hast du einfach kein Wasser einmal? Da war ja so, wir sind in der Hölle, ne? Ja. Eigentlich nehme ich immer ein Wasser einmal mit, aber ich bin ja jetzt auch nicht gezielt hier reingegangen. Ja, aber in der Hölle nützt sich auch Wasser einmal nichts. Ja, stimmt. Was passiert dann nochmal damit irgendwie? Einfach aus. Ja, wieder einfach aus. Aber Dalu, wenn du mal Lust hast, kannst du dir mal ein Bett in der Hölle pflanzen. Oh ja. Was ist denn dann? Bist du ein Zombie? Ja, viel besser. Viel besser. Viel besser. Spawnt ein Zombie im Bett? Noch besser. Probier's einfach aus, wir verraten dir mal nichts. Ja, ich hab ja nicht mal ein Bett. Oje. Da ist der Gast. Da den erledige ich. Ist der Amt, der hat kein Bett. Wo bist du denn hergegangen, Dalu? Ich will dich jetzt suchen. Da, wo ich die Lava freigelegt habe. Ja. Ein bisschen weiter nordöstlich dann. Da war dann so ein Nether-Quarz gedöhnt. Das habe ich komplett abgebaut. Da geht so einen Meter nach unten. Und dann geht so ein richtig langer Tunnel, weil ich Bock hatte, mich gerade auszubuddeln. Und jetzt kann ich nicht mehr auf die ganzen Ghasts schießen, die hier sind, weil ich keine Pfeile mehr habe. Da muss man nicht drauf schießen, du hast doch ein Dinger-Schwert. Ja, aber der ist voll weit weg. Ja, und wenn du mir sagst, wenn du wieder zurückkommst, dann mache ich die fertig für dich. Ach, ich hole die schon. Die geht verdammt weit runter hier. Das ist wie der Ganondorf-Fight auf N64, Ocarina of Time. Kann man das zurückschleudern oder was? Ja, genau. Der Raum ist unsymmetrisch, das geht so nicht. Ich hoffe, dass das eine Person war, die ich da hinten gesehen habe. Brenne, ich brenne. Ja. Ich brenne. Hier sind keine. Ah, ich habe ihn gefunden. Ja. Ja, super, mitten in der Lava, finde ich super. Hält am Werk. Hier ist Quarz, aber hast du das nicht abgearbeitet? Ich habe zu tun. Ich kämpfe. Nein. Nein. Doch, 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 doch. Nein. Die rufen immer, hilf mir, und wenn ich das machen will, dann greifen die mich an. Hilf mir.